Seien Sie gegrüßt, meine zukünftigen Kadetten. Mein Name ist Franz Müller Obermeier. Und ich bin der Stadtführer-Ausbilder am Böcklerpark. Da Sie bestimmt auch nächsten Sommer in den Sommerferien als Ferienjob-Stadtführer werden wollen... Stadtführer! Empfehle ich Ihnen, meine Dokumentation über die Ausbildung von diesem anzusehen. Eingucken! Damit können Sie sich dann für Ihren Ferienjob vorbereiten, welchen Gefahren und welchem Druck Sie ausgesetzt haben. Druck! Ich erwarte Sie am 12.8. 12.18. Um 18 Uhr. 18 Uhr. Am Stadthaus Böcklerpark. Stadthaus Böcklerpark. Prinzenstraße 1. Prinzenstraße 1. Und es ist mir egal, wo Sie wohnen, Sie kommen gefälligst. Punktlich! Hallo! Fini! Mhm! Sag mal, geht die Kamera nicht aus? Nein, er kann nicht. Er ist schlecht. Glaubst du, er nimmt noch auf? Ja, du no. Probier mal aus. Bin ich noch drauf? Schrott! Mach mal aus, gestes Genug, ist Genug. ARD Text im Auftrag des ZDF, 2020